Meine Freundin und ich haben wie Engel aus Wien immer friere Titeln vertellt. Da hat sie was zum Besten gegeben, aber dass ich Hiete noch plackern muss. Es ist mal wieder soweit. Die Barlewer Platz Präger veranstalten am 3. Dezember eine Lesung. Seit vielen Jahren sammeln sie Geschichten in der schon fast vergessenen Sprache unserer Heimat. Das Barlewer Platz ist eine Mischung aus eigenen Begriffen, einer selbstständigen Grammatik und seit vielen Generationen haben sich Vereinfachungen in der Aussprache eingeschlichen. Aber manche Dinge kann man eben viel besser in Pladytsch ausdrücken, denn es geht ja nicht nur um die Sprache, sondern auch um die Gefühle zwischen den Zeilen der Geschichten. Die Barlewer Platz Präger am 3. Dezember um 15 Uhr in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität.